Hallo und Willkommen zu einem neuen Video. Der Luca TK hat eine Rennbahn gebaut, wie bei Mario Kart. Wie viel Luft muss man gehen, um auf sowas zu kommen? Auf jeden Fall feiere ich das voll. Das ganze Video ist auf seinem Kanal zu sehen. Legt es in die Beschreibung. Wenn ihr auch sowas in der Art Verrücktes gebaut habt, beziehungsweise gemacht habt und wollt, dass ich es zeige, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und ich schaue bei euch vorbei. Und mal schauen, wie leicht zeig ich es. Ich werde euch wieder eine Fortnite-Challenge. Ich werde heute mit dem lieben Tartelon versuchen, eine Fortnite-Challenge zu erfüllen. Die Challenge heißt Kill auf Auto. Wie der Titel schon erahnen lässt, müssen wir versuchen, auf einem Auto, ob stehen oder während der Fahrt, einen Kill zu machen. Es wird richtig spannend. Bleibt dran, liebe Freunde. Ich muss euch was sagen. Die Idee kommt auf jeden Fall von dem Kluten-Kopf von Felix. Also es ist ursprünglich nicht meine Idee. Schaut bei ihm vorbei. Er macht fast täglich Livestreams. Kanal-Link ist in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Lazy Links. Aber wir dürfen auch nicht direkt verkacken. Ja, soll vielleicht klappen. Ich denke schon. Vielleicht schaffen wir es auch schon in der ersten Runde, wenn du fährst und ich schieße. Weil ich glaube, dass ich auf dem PC ein besseres Aim als du habe. Weil du spielst ja Xbox. Ich spiele Xbox-Controller, gar. Und das ist sehr schwer zu erinnern. So. Jetzt können wir erstmal bis zum Ende dieses Geburtstag-Lieds hören. Für Fortnite. Nice. So. Happy birthday Fortnite. Happy birthday Fortnite. Fortnite Fortnite ist das beste Spiel überhaupt auf der ganzen Welt. Oh, rauspringen wir. Ich habe ein Auto gefunden. Und da ist sogar eine Torte. Alter, man hört die ganze Zeit deine Tastatur. Schöne. Auf welchen Server spielt ihr denn eigentlich? Europa. Oder ich habe auf automatisch gestellt, weiß ich nicht mehr genau. Aber eigentlich ist es okay. Ich komme nicht jetzt zu überraschen, oder? Warte. Hallo, meine Freunde. Hallo. Hallo. Freunde, Waffe. Ich habe eine Waffe. Aber davor spiele ich erstmal Golf. So. So. Oh. Zack. Ah, fast. Oh, shit. Okay, ich glaube, wir spielen wieder zu von Golf. Geht er jetzt rein? Nein! Okay, ich hole mir meine Waffe. Da liegt eine Waffe. Da liegt eine Waffe. Da liegt eine Waffe. Hallo, oder Schieße? Hallo? Sie da hinten. Oh, what the fuck ist going on? Ach so, da hinten sind Leute, ne? Ja, wir können ja jetzt direkt die Kill machen. Nein, warte, ich muss mir erstmal hier vor einer Geburtstagstorte tanzen. Ah, ich habe Geburtstag. Auto, lass das. Erst mal Kuchen gönnen. Okay, fahr du einfach. Ich mach den Kill. Okay. Wo gehst du? Ja, du wirst ein Bruderfahrer. Hier, Wettbaum. Ich weiß. Hat sie noch nie einen Führerschein. Huh. Everybody can sing. Yay. Und ich schiebe uns ab. Ach, nee. Ist auch nicht nur mein Vorzeig. Oh mein Gott. Not one. Und down. Aua. Oh nein. Schade. Aber ich fand es nicht aus dem Auto. Und das war der erste Versuch. Dieser Fußballspieler, ehrlich. Ich will dich tunneln. Tunneln. Geh weg, du Tunneler. Nein. Was mache ich denn hier zum Schreißen? Okay. Geh wir hier Lazy? Oder wollen wir Paradise? Nee, Lazy ist schon ganz gut. Wo ist Paradise? Nee, da gibt es keine Autos. Doch, mit kleiner Wahrscheinlichkeit besponnt er eins. Und da gibt es welche. Und da gibt es welche. Und da geht es. Und da gibt es die Pardonneler. Ich sag's dir. Ja, okay, du vorfreudiger. Sehen wir schon ein Auto von hier? Ich weiß es noch nicht. Also ich, da hab ich schon ein Auto, oder? Oder bin ich einfach blind? Ich bin, glaube ich, noch blind. Kann sein, aber jetzt muss ich rengwärts fliegen. Du! 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 Okay, unten steht schon mal kein Auto. Jetzt müssen wir Glück haben. Okay, ich seh ein Auto. Geht's halt. Da, Alter. Okay, da, hier ist ein Auto. So, wo ist ein Auto? Hier unten. Da ist ein Otto. Oder Walgis. Ich hab ne geile Pump. Hast du Pump, Amu? Äh, nee, ich hab nur eine Pistole. Ah, ist der. Dann machen wir jetzt schon mal den Kill, gell? Nein, ich will fahren. Ich will fahren, ich will fahren. Äh, ja, das kann noch ein bisschen dauern mit dem Auto fahren, hä? Oh, danke. Ich komme, ne? Holy shit, bring me down. Hello, mother f***er. Oh. Nein, das hätte der Kill auf dem Einkaufswagen werden können. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss für kurz ein Nightcap gönnen. Oh mein Gott. Ach so, irgendwo ist noch einer, ne? Da war einer genockt. Ja. Da bei der Garage, irgendwo. Ich glaub hier bei mir ist einer. Oh, ne blaue Technik. Warte, ey, hier ist ein Auto, gell? Ja, ja, ist gut. Komm mal. Ich hab Minis. Komm, steckerl. Fährst du das Auto? Oh, ne, verdient von. Ne, 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 ne. Ich hab die bessere Waffen. Nö, 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 nö. Ich fahre einfach rum und warte. Mal gucken. Hier war noch voll viel Gegner. Ja, eigentlich auch. Golf. Ist. Wenn ich jetzt noch reinmachen, ne, schade nicht. Das ist die vier. Aber das ist auch nicht so geschossen. Ich muss gucken, wo die Söhne sein. Fahrer dahin. Boing. Ah, ich seh sie. Äh, die sind im Südwesten. Stell rein. Uu, wie geht das? Was auch noch davon, ey? Aua, 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 aua. Muss los, oder? Ne, danke. Scheiße. Komm, ich wieder hoch. Ja. Ich sag, wann er kommt, ich sag, wann er kommt. Okay. Halt er sein Maid? Ja, wahrscheinlich. Aber wir haben noch Zeit. Wollen wir die erstmal so töten und die nächsten dann so mit dem Orgel töten? Äh. Okay, komm von einer anderen Seite. Kommst du mir? Oh mein Gott. Nein! Oh Mann, die waren bei mir. Das sehste sogar. Schade. Ja, die sind da oben und da, wo mein Loot liegt. Da unten musst du hin. Vorsichtig, äh, gönn dich mein Loot gerade. Du schießt ihn ab, du hast ihn doch. Oder nimm das Z... Oh Scheiße. Nimm das Z4. Gut. Du machst mich gerade schlecht. Gut. Jetzt finish den erstmal. Vorsichtig, der kann schießen, ne? Mhm. Pieck. Achso, der hat, äh, 36er Hit von mir vorhin. Ja, und jetzt, äh, geh ihn von hinten holen. Ich versuch noch ein Kild, ich versuch noch ein Kild aus dem Wagen zu machen. Ja. Oh Gott, ey, Scheiße. Die muss natürlich auch finishen, ne? Ist so schlimm. Achso, äh, nur so zum Beispiel. Du brauchst dich einfach nur noch, äh, aufs Auto zu stellen und dann, weil weißt du, und dann, wenn du da stehst, verstehst du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich versuche, was Menschen zu finden. Ah, boah. Die kommen ja wieder mit dem Wagen. Vielleicht mal, wo ich hier liegen könnte, hier. To-Made-O-Down. Ja, ich guck, soll ich da gucken? Na, ich gucke jetzt sofort. Ich muss Heilung finden, das ist gerade wichtig. Ich rede doch gerade von Heilung. Achso. Aber vielleicht da am Haus noch. Achso, da, äh, wenn du diese Torten isst, dann, äh, kriegst du ein Schild, glaube ich. Ja, ich weiß. Ich gewinne das nicht. Aber nicht gewinn, hab ich für mich die Challenge. Achso, ich ruhe. Achso, oh. Astro Rocket. Ich kann ja auch den Rocket Launcher töten, ne? Im Auto halt. Ja, das geht auch. Da kann ich mir lieber den Rocket Club nehmen. So, jetzt will ich nach Tomato Town gehen. So, und wenn nicht, schreibst du einfach in die Kommentare, ist dann die ist der Beste. Ja, gut. Ähm. Alles klar, was machst du mit dem Auto? Nein, what are you doing mit dem Auto? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pass auf, die schießen. Die schießen immer noch. Was versuchst du da gerade? Stell's doch einfach aus, also geh doch auf das, äh, von dem Auto auf dem Dach. Weil du drauf springst, ne? Äh, wow. Und jetzt? Guck ich, wo die sind. Nein, 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 nein. Das Auto verschwitzt gegen dich. Scheiße, das ist voll schwer. Äh, nur so 10 Prozone. Aua, fuck. Mit weg, muss los, Bruder. Äh, das ist genau in die falsche Richtung, du fährst gerade genau dein. Alles taktisch, alles taktisch, glaub mir. Aha. Alles taktisch. Aha. Bau mal eine Wand vor dich. Bitte, einmal für mich. Eine Wand vor mich waren. Bitte. No. Juhu, ne Wand. Jetzt vergehen. Warte, 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 warte. Geh hier hin. Wo? Äh, ja. Ich geh da hin, warte. Ich muss bisschen Äpfel essen. Okay. Ab geht's jetzt. 45 HP. Das kann doch noch mehr werden. 45 HP, Allah. Ja. Brumm. Brumm. Ich weiß nicht, ob das immer diese Idee war. Was machst du für Fax? Okay. Hier sind die. Achso, nur so zu. Unten sollten immer zwei Kisten sein. Achso, äh. Ja, genau. Da musst du abbauen. Achso, ähm, aber gleich, äh, wenn du eine Kino-Runde verkackst, also, hoffentlich nicht. Ähm. Ja. Manages, ähm, äh, stellst du dir, oder machst du mich zum Gruppenanführer, weil da spielen wir auf dem Nordamerikanischen. Okay. Oh, Servern im Osten, und da sind die meisten schlecht. Achso, okay. Da hat nämlich einer gedacht, der wäre in einem anderen Spiel und, äh, kann sich mit mir befreunden. Also, ich würde lieber hier die Rocket mitnehmen. So, ich spiele jetzt ohne Heilung, das mache ich sonst nie. Mhm. Interessant. Interessant, interessant. Aber jetzt kannst du keinen Blödmann schreiben, weil ich hab dir gesagt, wo Heilung liegt. Ja, ja. Alles klar. Was? Alter, was versuchst du? Nicht weiterfahren! Oh, Juhu. Oh, so. Okay, solche Autokünste habe ich noch nicht. Aber ich habe auch keinen Führerschein. Abmach, Plays and Park, Jungle, Jungle. Stimmt, da könnte ich jetzt echt hinfahren. Versuch Menschen zu finden, die ich will. Versuche Menschen zu finden und findest Menschen. Alter, du darfst dich nicht snipen lassen. Ey, guck doch nach dem, der dich da... Ja! Hast du ihn? Ja, du hast ihn. Schießen ab. Ja! Sieg, Klamotten! Hast du ihn? Ja! Wir haben einen Kill auf dem Auto! Boom! Gleich in der nächsten Runde versuche ich... Ja, jetzt kannst du dir das Auto ins Stichert... Nein, nicht da hingehen! Nicht versuchen zu pushen, da... Rechts von dir waren solche Portale. Da würde ich mich lieber hochbauen, warte. Ich habe sehr, sehr wenig Metz. Soll ich versuchen, noch weiter zu spielen? Weil die Challenge haben wir eigentlich geschafft. Ja, 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 ja. Versuch die mit der Rocket zu töten, Alter. Geh hier runter und fick die. Du kannst die ja von... Du kannst die ja sehen. Ja! Na, reinschieb ich. Letzten Moment. Mit Rocket! Rocket! Das war's mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, lasst mir ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wenn es euren Freunden, Familienmitgliedern, irgendein Mensch auf dieser Welt gefallen würde, teilt das mit dem. Bis zum nächsten Teil am Freitag. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.